Na, was war denn das? In this moment he knew, he fucked up. Da geht auch keine Tür einfach so hinzu! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dead by Day Dead. Diesmal in Besser und mit Steffi. Mal wieder. Hallo Steffi. Und ich würde sagen, wir fangen mal gleich an, ne? Wir machen heute eine private Party mit Steffi, wie gesagt. Oh, und ich werde gleich drauf gehen, warum ich jetzt? Weil Steffi die einzige Überlebende ist und ich den neuen Killer hab und ich ihn liebe. Ist das nicht wunderschön? Und schon wieder klares Reagenzplatz. Ich dachte, den hast du einfach gleich drinnen gelassen, oder? Oh Mann, das kann ja nur gut gehen. Hast du diesmal dran gedacht, dir Perks reinzumachen? Dass du nicht gleich drauf gehst? Hm. Fuck my life, man. Pum, 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 pum. Hier ist kalt. Mach die Heizung an. Oder das Fenster zu. Und die ist zu. Äh, der ist zu. Das ist zu. Es ist zu. Es ist zu. Der, die, das. Wieso aber selber rum? So. Ich mal mal so ein bisschen rum, ne? Das einzige, was ich kann. Irgendwie ist das auch voll das... Ja, die anfangen zu schreien, ne? Nicht zu binden anstrecken. Genauso. Irgendwie ist das auch voll das Illuminati-Symbol, was die da auf dem Boden malt. Ich mein, das ist ein Dreieck. Okay. Wo ist sie denn, die Kleine? Ich höre die ganze Zeit TS-Beiträge. Von irgendjemandem, der schreibt. Ich weiß auch nicht, wer das sein könnte. Was denn? Hast du mich eben gesehen? Steffi, na, wo bist du denn? Mein kleiner, freudiger Hüpfer. So. Okay. Siehst du das eigentlich glitzern, wenn ich da irgendwie so Fallen male? So ringsherum? Ja, ich sehe eigentlich gar nichts. Also ich sehe es glitzern. Komisch. Du hast ja eben so schwer geatmet, ne? Du bist ja bestimmt irgendwo in der Nähe. Oh, das ist gut. Jetzt weiß ich, wie du bist. Ich bin nicht gemein, ich hasse dich! Das ist das schön. Das ist das herrlich. Das spawnt einfach nur so. Oh, jetzt muss ich noch mal fragen. Nein, die spawnt überall da, wo ich was hinmale. Und dann siehst du das, wenn da einer ist irgendwie. Ja. Und wenn ich in... Also, weil meine noch auf Level 1 von der Fähigkeit her ist, kann ich innerhalb, wenn ich ins Umkreis von 32 Metern, glaube ich, stehe, mich hin teleportieren. Mann, mein Herr! Du hast mich jetzt auch schon daran gewöhnt, an meinen tollen Spruch. Fuck my life. Fucking size. Mann! Ich mache jetzt einfach mal überall was hin. Ich mag mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich mag mich nicht mehr. Sieh's einfach so, ich hab überall von jedem Generator jetzt schon mal was gemalt. Also fast eben. Zum Beispiel da. Du bist gemein, du bist gemein, du bist immer noch gemein. Ich weiß. Wenn du Glück hast, kriegst du die neue Map, weil da kenne ich mich gar nicht aus. Und dann war's das. Worum mal du jetzt bist. Da hinten. Okay. Alter. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Hast du auch Spaß? Steffi. Spaß. Mann, wo kannst du denn überall sein zum Finken? Kannst du jetzt nicht hier vorne sein, dann gleich schon wieder da hinten sein. Ich bin verwirrt. Geistig verwirrt. Aber das bist du immer. Ich weiß. Ach ja. Jetzt muss ich wieder neue Scheiße... Hallo! Na, wer bist denn du? Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich wieder neue Scheiße in den Boden malen, aber dann hab ich dich gesehen und dann war mein Leben wieder super. Worum mal du jetzt hin bist. Oh, ich bin blind. Ich bin blind und blöd. Oder war das? Wie? Oder bist du gar nicht an dem Generator eben? Hier explodieren die ganze Zeit irgendwelche Generatoren, ohne dass ich irgendwas sehe. Also ohne... Also ich hör dich hier, aber du bist... Ja, hier explodieren gerade Generatoren. Aber ich hör dich hier in der Nähe. Von was träumst du? Keine Ahnung. Von was träum ich nachts? Das frage ich mich auch manchmal. Hm. Mysteriös und komplex. Dann mal einfach hier noch ein bisschen was hin. So. Hört auf, mich anzustupsen oder zu schreien. Das nervt. Nee, ich hör das auch. Also bei dir ist das nicht nur. So, wo ist sie denn, meine kleine Hasemaus? Ich will gar nicht wissen, was die gerade im Chat schreiben. Ich will nicht, ich will es auch nicht wissen. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier war sie doch eben. Ich sehe Fußspuren. Noob get wrecked. Noch lacht sie. Noch, 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 noch. Okay, wo bringe ich ihn nicht hin? Ist ja alles gleich weit. Oh, na Mensch, was ist denn das? Alles ganz, ganz, ganz schön. Weg, was ich hier reinlegen kann. Na, Mensch, was ist denn das? Mal, jetzt male ich dir noch was Schönes. Also, auf dein Grab. Weil ich so eine Süße bin, weißt du. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Was für ein Team. Ein Ein-Mann-Team. Guck mal, wie sie losrum bildet. Ach, ist die Süße. In die Lobby. In die Lobby. Und wie findest du den neuen Killer? Ist der nicht lustig? Ist doch lustig. Hast du Spaß? Also, ich hab Spaß. So. Dann gehen wir mal los. Lies mal den Chat, du. Warte. Warte, warte. Ich lese. Ach so. A. U. Auf die Frage, wovon sie nachzahlen. Ja, ja, ja. Nein. Okay, gut. Steffi, drück. Okay. Oh, jetzt rüstet sie so auch noch einen Werkzeugkasten aus. Die klub's ja hoch, wa? Ne, dann muss ich auch noch was ausrüsten. So geht's ja nicht, ne? So. Ach so, ich hab schon alles ausgerüstet, was ich ausrüsten kann. Das ist traurig. Oh Leute, ihr geht ja noch den Sack. Verpasst euch. Ich mach mal Tests da, also. Also, ne, das kann ich ja nicht, denn das ja deine Stimme auffängt. Fuck my life. Ihr sind Ticket. Ach, jetzt will sie auch noch zur Koto's brennen. Du, Zerhofer. Äh, Jonas, es ist zeitversetzt. Und nein, ihr dürft nicht reden, weil wir immer noch aufnehmen, Leute. Wir haben nämlich Spanner hier gerade. Also, Spanner, die Spanner nur bei Steffi und bei mir nicht. Weil ich bin scheiße langweilig und ich mach hier eh den ganzen Tag nichts. Oh Leute. Habt das. Unterhaltet euch im eigenen Chat. Oh Gott. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So, und du lässt mir diesmal bitte ein paar Chancen? Ja, ich versuch's. Ich werd auch nicht so viele, äh, Schweinen aufstellen. Willst du mir nicht sagen, wo du bist, dass ich mich drauf einstellen kann? Ih, was hast du für Fallen? Was für Fallen? Wie Fallen? Hä? Fallen? Ich hab Fallen. Ich hab ein Todem gefunden. Was ist denn das? Zerstörer das Todem? Äh, das ist, keine Ahnung, irgendwas Neues. Dafür kriegst du Punkte. Aber ich glaub, von der, äh, komischen, die ich hab, da gibt's nur ein wirkliches und das kannst du zerstören und dann ist es zerstört. Aber dann gehen von mir irgendwie Perks oder sowas weg. Aber irgendwie genau hab ich das auch noch nicht verstanden. Pümpeln, pümpeln. Okay. Geräusche, die machen einen Kirre. Ich suche dich. Und die schönen Haken haben wir wieder. Von der, ich glaub, von der Nurse waren die. Ne, ich glaub Mike Miller. Echt? Wenn ich mich nicht täusche, ja. Hatte der so ne Grün? Glaube. Aber jetzt ist es ja so oder so, scheißegal. Jetzt sind wir alle gleich. Das hab ich mir damals auch immer gedacht so. Oh, jetzt hatte ich jetzt noch die Chance irgendwie zu erkennen. Ja. Willst du mir echt nicht sagen, wo du bist? Ne? Ne? Sicher nicht? Ist ihm nicht sicher? Okay. Denn nicht. Dann seh ich das vollkommen ein. Ich mein, das ist ja deine freie Entscheidung und so. Sicher nicht? Weil ich find dich grad nicht und so. Da ich hast, glaub ich, ne Ahnung, wo ich bin. Achso, weil du nen Generator machst. Du schriechst dann is Biest. Achso, da bist du. Na Mensch, das macht Sinn. Hä? Ist der jetzt an? Ja, der ist an. Ja, der ist an. Ich hab mir explodieren gesehen. Okay. Okay, ich weiß nicht, okay. Worum du bist. Bist du noch drin? Ja. So aus purem Interesse. Ich mein, ich hab dich lieb. Ich wollt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, weißt du? Oh Gott, Alter, mein Ernst. Alter, Sarah, mach das nicht nochmal mal. Hahaha. Ich hab dich auch lieb. Pum, 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 pum. Also das ist kein Herzklopfen, richtig? Da wäre ich doch da hingegangen. Oh Mensch, das bist du bestimmt schon weg. Bum 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 Du dumm du dumm du dumm du 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 Jetzt soll ich den Herzschlag bitte hab mich verloren, bitte hab mich verloren, bitte hab mich verloren du weißt ja nicht ob ich dich verloren habe oder nicht das ist so geil das mach ich gar nicht ich bin voll lieb jetzt hab ich dich verloren I think a loser vor allem dass jetzt auch gar keinen irgendwie der irgendwie der dich irgendwie heilen könnte na was ist denn los? hast du Schnappatmung? ein bisschen ein bisschen? ein bisschen Mensch hast du etwa nen Geist gesehen? ach nein nur ne Sarah ach na denn das ist ja halb so wild dass mein mandat das ist ja mal eine Frau ach gott der WEISst ja grad wie mein Herd so so poch 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 ach ich hasse michel meyers auch ich kann dich da voll verstehen und so nem quatsch powpowpowpowpowpowpowpowpowpowpow Sweet Er geht doch keine Tür einfach so zu! Er geht doch nicht einfach so ne Tür zu! So ist gut. Bleib stehen! Man kann jetzt nicht hier schon die Falltür irgendwo sein! Willst du dich in Abgrund stürzen? Nein! Die Farbe war noch da! Aaaaah! Dich krieg ich auch noch! Die fick ich auch noch! Man! Er kann ja auch nisch mit seinem Scheiß Messer! Nisch kann er! BAM! Einmal weggenockst! Okay! Na komm mal mit! Soll ich dir mal meinen Haken zeigen? Flirtsprüche die immer früh sind! Ey weißt du wie viel glück ich auch mit diesen euren Haken hab? Guck dir das mal an! Nein! 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 Ich will nicht mehr! Tschüss! Tut mir leid! Ich wollte es echt nicht! Meine Hand ist mir ausgerutscht! Zufällig die mit dem Messer! Bupsi-Pupsie-Pupsi Du-di-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ach, ist der süß! Kleine Michael Myers. Tja! Was ist denn los? Hast du etwa keinen Spaß? Also, ich hab ganz viel Spaß. Ich hab dir einen geladet. Ach, du bist schon da. Na, Mensch. Nee, ich will jetzt Killer sein. Vergiss es. Nö, nö, nö. Gut, dann gehen wir zurück. Dann sei du jetzt Killer. Dann lad du mich ein. Ich mach mich bereit. Und ich guck dir dann so dabei zu, wie du so Killer bist. Und dann versteck ich mich eigentlich die ganze Zeit einfach ne Spinde. Aber ich glaub, du müsstest ja dann eigentlich auch so irgendwie... Oh nein, 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 nicht annehmen. Nicht annehmen. Zu spät. Zu spät? Du hast mich zwar eingeladen. Überleben mit Freunden? Ja. Oh, Mensch. Oh, schon wieder falsch. Meine Güte. Misch kannst du. Ich werd mir jetzt erstmal ein Wertes Original für die Wertepause gönnen. Oh, ich will auch. Aber ich hab nur die mit Sahne. Und den. Ist das jetzt richtig, was du mir geschickt hast? Okay. Ich mag ja die mit Karamellfüllung. Die sind voll toll. Ja, ich liebe die. Ich lieb dich auch. Oh, okay. Oh, okay. Dann kriegst du Probleme mit meinem Freund. Wie wo? Mach man auch. Drum, num, 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 num. Ich glaub, wenn du so auf dieses, äh, Augensymbol gehst, dann gab's nicht auch ne Neuerung, dass du denn so spannern kannst. Als fünfter, fünfter Überlebende. Der kann nämlich irgendwie, bei der Map gucken, von allen Perspektiven auch die vom Killer. Weißt du? Ah, okay. Mhm. Krasser Shit, wa? Pum, 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 Mann. Ich wollt noch gucken, ob ich irgendwelche Perks oder sowas einsetzen kann. Und da drückt sie einfach auf. Okay. Eiskalt, wie sie ist. Aber, man startet voll nah in der Nähe vom Killer, oder? Krass. Alter, Chris. Ja. Was schreibt er denn? Siehst du's durch? Und dann komm ich jetzt in ne Lobby und dann bin ich tot. Und... Wanda, Mann, 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 Mann. Oh, erstmal meine Zigarettchen buchen. Ah, ich hätt mich auch. Stirb, Steffi, stirb. Ich mein, nein, Steffi, nein, bloß nicht. Tu das nicht. Oh, wir haben Lamp-Kannain. Heddenfield. Ja, durch mich. Wow. Hast du eigentlich auch schon die neuen Killer? Nö. Nö. Na denn. Ich zieh mir nochmal schnell meine Jacke an, also stehen bleiben da, wo du bist. Ja, natürlich. Vielleicht nicht gerade hier. Mir ist kalt. Okay. Dann legen wir mal los. Warte. Warte. Die Jacke noch zumachen. Mhm. Der Rätschen abmachen. Und dann... Jetzt geht's los. Jetzt ist er vorbereitet. Ich sitz schon mal. Okay, das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal ein Vorteil. Da läuft wieder raus. Gut. Diese Map ist voll verwirrend. Ich seh überall Lichter. Kann ich jetzt los? Hm, du darfst. Okay. Ich darf also. Ich bin einfach schon losgelaufen, ohne deine Antwort abzuwarten. Bis ich hier irgendwann mal irgendwas finde. Ist bestimmt schon ehleitig lange Zeit vergangen. Dann stellen wir uns mal einen Schrank, ne? Das hat eine schöne Folge. Denk ich. Hab euch ja auch alle lieb und so. Ach so, diese Map, die ist so ekelhaft groß. Ich finde die eigentlich irgendwie, die sieht irgendwie voll klein aus, weil die so verwinkelt und alles ist. Aber du kannst dich gut verstecken, das ist das Problem. Mhm. Ich hab mich gerade erschrocken. Oh. Ne, weil ich habe ja diesen Perk drunter, dass der anzeigt, wenn irgendwie Fallen in der Nähe sind, ne? Und der ist jetzt nicht mehr, dass er einfach nur aufblickt, sondern der macht jetzt auch ein Geräusch, wenn Fallen in der Nähe sind. Das Problem ist nur, der zeigt es nicht nur an, wenn Fallen in der Nähe sind, sondern auch, wenn irgendwie so ein Totem in der Nähe ist. Und davon gibt's ja eigentlich nicht auf dem Map, ne? Und dann, dann schrecke ich mich halt. Ich hab schon eins gefunden. Hm? Wen hast denn du als Killer? Sag ich dir doch nicht. Ne, ich hab gedacht, wir mögen uns alle. Weißt du, wir sind auch nicht so... Ich will dich jetzt umbringen. Sondern ich mag dich und will dich kuscheln! Aua, meine Rippe! Ja, ich mein, oh schade. Nein, hier ist ein Busch. Scheiße, ich meine... Juhu! Pem, 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 pem. Ja, das haben sie vom Geist auch neu gemacht. Ja. Das hört sich an wie eine Türklingel. Pem, 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 pem. Bist du noch hier in der Nähe? Ich habe noch nicht meinen Generator gefunden und bin schon halbtot. Mami! Falls du das hier hörst. Ich hab dich lieb. Ja. Maria hat damals nicht die Cosmatis gegessen und geklaut. Das war ich. Tu mir leid. Ich denke mir, das würdest du doch wissen. Hm, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, ich bräuchte jetzt mal eine Kiste. Wenn ich mich so überlege. Wenn ich mich so... Ist das Deutsch? Ich glaube nicht. Also ich weiß, wo er ist. Echt? Hm. Wo denn? Ich die doch nicht. Oh. Na, was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn hier los? Und ich hab' nur was auf der anderen Seite. Kann ich mich hier noch erholen und auf Rettung warten oder so? Schade, dass man sofort tot ist und nicht erst versuchen kann, sich irgendwie frei zu ziehen. Oder was weiß ich zu Fluchtversuchen oder irgendwas in die Richtung. Tragisch. Ach, mein Herz. Also ich finde, ich war ganz gut. Nur noch zwei Generatoren haben mir gefehlt. Und das allein. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Ein Stern. Spiel wir werten. Zu schnell gestorben. Ging mir alles zu schnell. Gingel be � Betten, gehen. Gingel be практиetz. Gingel bebi. Wibliotheken. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss, wir machen's6ies. Bis zum nächsten Mal.